Bitforex war kein Scam, aber wir klären trotzdem, was mit der Börse passiert ist und wie du demnächst auch deine Coins wiederbekommen wirst. Außerdem schauen wir uns die San Diego Comic Con an, dort wird es einige spannende Dinge von Vivi geben und noch viele weitere Themen, das alles jetzt in diesem Video. Bitforex verhaftet worden wurden und ich würde sagen, wir schauen uns mal hier den gesamten Text nochmal an auf Deutsch. Wir haben hier nämlich jetzt einige Statements und auch Punkte dabei, die sehr, sehr wichtig sind. Erstmal wird hier die komplette Plattform an sich down sein, aber ihr könnt auszahlen. Alle anderen Aktivitäten wie das Traden von Coins oder auch zum Beispiel neue Anmelden funktioniert nicht. Ihr werdet aber die Möglichkeit haben, hier eure Coins von der Plattform auszuzahlen. Ich persönlich sehe hier tatsächlich ein bisschen das Risiko, weil wir jetzt nicht wissen, ob hier Gelder womöglich verschlampt wurden oder sowas. Ob das gegebenenfalls sogar zu dem Punkt kommen könnte, dass hier die Auszahlung wieder gestoppt wird, weil einfach zu wenig Liquidität da ist. Das wissen wir einfach tatsächlich nicht. Und dementsprechend kann ich euch hier nur raten, sobald diese Börse wieder online ist, holt eure Coins so schnell es geht dort runter. Egal, was ihr in Fees bezahlen müsst, holt es da so schnell es geht runter, denn wir wissen nicht, wie viel Liquidität da, wie gesagt, wirklich vorhanden ist. Ansonsten, es gibt wie gesagt momentan noch kein aktuelles Datum, wann die Börse reopent. Und dazu wird es dann wahrscheinlich nochmal ein extra Announcement geben. Ich empfehle euch aber an dieser Stelle hier, geht auf den offiziellen Bitforex Account. Ihr seht das auch, wenn ich hier dem Account folge, beziehungsweise wenn ihr mir folgt, dann seht ihr auch, dass ich hier diesem Account folge. Deswegen folgt mir gerne auch auf Twitter und genau, dann aktiviert hier auf jeden Fall das Folgen und auch die Glocke, damit ihr hier auf jeden Fall direkt bekommt, wenn hier etwas Neues zu der Börse es gibt. Ansonsten, ich versuche auf jeden Fall, was das Thema angeht, euch hier schnellstmöglich zu informieren, wenn es dazu ein Update gibt. Kommen wir nun zu San Diego Comic Con und diese wird tatsächlich schon relativ bald starten. Vom 25. bis zum 28. Juli wird hier Vivi auf der San Diego Comic Con vertreten sein. Und es gab schon viele Leute, die gesagt haben, jetzt, oh nein, Vivi ist ja nicht mehr am Marvel-Stand. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich ist das ziemlich egal, denn Vivi ist mittlerweile mit Vivi Comics auch gewachsen und dementsprechend hat das Ganze hier auch, ja, muss nicht mehr unbedingt hier am Marvel-Stand sein. Wir wissen auch nicht, wie der New York Comic Con-Stand aussehen wird, beziehungsweise ob sie dort wieder mit Marvel an einem Stand sein werden. Das ist einfach noch so eine Überraschungspackung. Das werden wir sehen, aber ich sehe hier auf jeden Fall nichts Negatives, denn wir werden uns auch nachher mal die Drops ansehen. Und da sieht man ganz, ganz klar, da ist Marvel sehr, sehr stark vertreten. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass das jetzt hier irgendwie was mit Marvel zu tun hat, dass die jetzt Vivi hier absägen oder sowas. Also da bin ich ganz, ganz anderer Meinung. Schreibt mir auch gerne aber eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Schauen wir uns jetzt aber die Drops genau an. Wir haben hier tatsächlich dieses Mal weitere Vivi-Exclusive Physical Varianten, die auf der San Diego Comic Con gekauft werden können. Und hier steht auch nochmal, this year we have four Vivi-Exclusive Variant bundles to buy only at San Diego Comic Con, D23 and New York Comic Con in 2024. Das heißt, all diese Comics, die wir jetzt hier sehen werden, sind wirklich nur hier auf diesen Cons dann verfügbar. Ich persönlich werde auf jeden Fall auf der New York Comic Con dabei sein. Das heißt, genau, schon mal vorab, wenn ihr auf jeden Fall auch dabei seid, sehr gerne kontaktieren, damit wir uns connecten können. Schauen wir uns jetzt aber die Comics einmal an. Wir haben hier einmal Deadpool Hashtag 1, Vivi-Physical Variant plus Virgin Variant Bundle sind 50 Dollar. Dann haben wir hier noch die Wolverine 88, hier auch wieder ein Bundle mit 50 Dollar. Wir haben hier noch ein weiteres Amazing Spider-Man 252, einfach nur als Vivi-Exklusiv-Variante hier mit 20 Dollar. Für mich persönlich sind diese Varianten jetzt nicht unbedingt besonders einfach, weil im Prinzip nichts anderes hinten drauf ist, einfach als das Vivi-Logo. Ja, daher für mich persönlich ist das jetzt nicht so super interessant. Ich fand, ehrlich gesagt, die erste Variant, die war für mich am wichtigsten. Und diese, ja, wird auf jeden Fall meiner Meinung nach langfristig sehr, sehr gut performen. Dann haben wir hier noch im X-Men Hashtag 141 und 142. Das Bundle wird 40 Dollar kosten. Und wir haben dann hier natürlich aber noch weitere Drops, die wir uns mal ganz kurz anschauen. Wir haben zum Beispiel hier das Marvel Comics Ankenne X-Men Hashtag 134. Das wird ein Comic-Drop werden am 25. Juli. Dann haben wir noch Marvels Wolverine Brown Suit als Digital Collectible am 26. Anschließend haben wir noch Marvels Ant-Man, der Digital Collectible am 27. Was unter anderem hier auch kein FA sein wird, weil wir ja schon Ant-Man haben. Dann haben wir noch 247 Comics Zero Ghost Hashtag 1 als Comic-Drop. Marvels Sentinel Digital Collectible am 28. Und der Addiction Hashtag 2 als Crafting Event am 28. Ansonsten wird es natürlich auch einige Meet & Greets geben mit David und auch einigen Artists von zum Beispiel den Addiction Comics. Ansonsten nochmal eine kleine Erinnerung hier für die Stan Lee Universe X Multiverse Clothing Company. Hier wird es jetzt ja schon möglich sein, diese Klamotten zu kaufen. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, dann ihr findet unten den Link dazu im Online-Shop in der Beschreibung. Ansonsten wird es hier auf jeden Fall noch weitere Events geben auf der Con. Hier wird man zum Beispiel die Möglichkeit haben, auch Mermikornos einzusammeln, die man sich sozusagen bei diesen Ständen, bei der Boof dann hier in diesem Fall beim Mermikornostand abholen kann. Finde ich mega, mega cool. Auch hier für das, so wie auch zum Beispiel hier für das Ultraman Rising Poster. Finde ich eine super, super coole Idee, muss ich sagen. Wenn ihr das nochmal genau nachlesen wollt, ihr findet den Artikel unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns aber am besten nochmal hier die Collectible Drops an, denn wir haben tatsächlich schon auch ein Teaser-Video bekommen. Und entsprechend, vielen Dank. Was man ganz klar sagen muss, ich finde die Collectible sehen 1a aus, auch wenn das vielleicht in dem Video jetzt nicht so ganz drüber kommt. Sergio hat das Ganze uns hier nochmal bereitgestellt. Also wenn man hier sich allein den Wolverine anschaut, sieht das schon mal sehr, sehr geil aus. Auch hier die Detailgetreuheit ist auf jeden Fall am Start hier auch zum Beispiel vom Ant-Man, sowie auch hier von diesem Kollegen. Ich muss sagen, mir gefällt das Ganze sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir auch an Zuwachs sehen werden über die San Diego Comic Con. Bin auf jeden Fall sehr gespannt und gebt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Zwar heute nicht ein zu viele Team, aber trotzdem auf jeden Fall einige spannende Updates. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend und bis dahin. Euer Käpt'n. Ciao, ciao.